Mir hat das super gefallen. Also geht schon unter die Haut und das hat man ja auch hier gemerkt. Nach dem Film ist man schon sehr beeindruckt. Also Kompliment auch an unsere Ostbergerin. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Allerdings war ich schon übers Ende ein bisschen erstaunt, dass es so einfach sein kann, Sterbehilfe zu bekommen. Das war mir schon ein bisschen plötzlich. Also, aber das ist eben Film, denke ich. Der Film war sehr beeindruckend. Also er hat mich sehr berührt. Gut, ich bin noch ein bisschen schockiert, also muss ich schon sagen. Also wenn man sich doch nicht so oft mit diesem Thema beschäftigt und ich bin sehr überreicht, dass so eine junge Drehbuchautorin solch ein Thema angeht und das auch so gut rübergebracht wurde. Ganz tolle Sache. Bei Ihnen? Tief beeindruckt. Ich kann noch nicht raus, ich bin zu verholt.